Warum geht man am Donnerstag, der ausgerechnet Kind zu der Familie? Was macht Frau Lili Kraus jeden Donnerstag? Was macht Herr Lili Kraus jeden Donnerstag? Sie kennen doch die Firma Klaus und Meier Stamm, sitzt in Prag. Sie geben eine Tee jeden Donnerstag, da kommt die Rot-Volet jeden Donnerstag. Die Börse kommt hin und die Bühne kommt hin und manchmal ist doch mehr von der Zeitung drin. Der Teespeck nach Benzin jeden Donnerstag, wie Keks nach Margarin. Der Schinken auf dem Tisch ist leider nimmer frisch und der Käse riecht böse. Doch was sind schon die schönsten Leckerbissen, verglichen mit den geistigen Genüssen. Und nur aus diesem Grund geht man rein und auf, auf dem jeweiligen Termin wie die Kahl. Es lässt den Kunt des Hauses suchen, das Saxophon. Dann macht Mama nen Zaubertrick mit nicht viel Glück. Dann spielt Mama die Raps, so die doch hart nicht viel. Und dann kommt die Rums mit wenig Angst und stirbt als Schwach. Da machen Namen, ach Gott, die Nächte gesangt waren. Falsch, siegierte Dom, heiser der Bass. Mach das mit Pfad. Und so geht's von fünf bis acht, weil's ein freines Haus ist. Und schreck erfüllt, fragen sich die Leute, wann es Gott ist. Was macht ein Lillikhaus jeden Donnerstag? Was macht ein Lillikhaus jeden Donnerstag? Sie kennen doch die Theonoma Kraus und Meierstamm sitzt in Prag. Sie geben eine Tee jeden Donnerstag. Da kommt die Ophalie jeden Donnerstag. Die Börse kommt hin und die Bühne kommt hin. Und manchmal ist auch wer von der Zeitung drin. Der Tee schmeckt nach Benzin jeden Donnerstag. Die Keks nach Margarin jeden Donnerstag. Der Schinken auf dem Tisch ist leider nimmer frisch. Und die Kähne riechen, oh. Doch was sind schon die schönsten Leckerbissen? Der Griechen mit den geistigen Genüssen. Und genug aus diesem Grund geht man ein und acht. Auf den Weg bei der Familie bin ich krass. Und die Keks nach Margarin jeden Donnerstag. 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 Und nur aus diesem Grund geht man ein und acht. Auf den Weg bei der Familie bin ich krass. Aus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020